Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wunschpartner Oktober 2017, das kann natürlich auch Wunschpartnerin sein. Ich habe eine Frage. Haben Sie schon einen Wunschpartner oder eine Partnerin? Oder ist es ein Wunsch nach Liebepartnerschaft, diese Sehnsucht? Und das können wir klären. Und dazu eignet sich ganz gut eine Blitzberatung. Wie funktioniert eine Blitzberatung und was kostet das? Sie schreiben mir ein E-Mail. Bitte dazu schreiben Wunschpartner Oktober. Dazu noch die Geburtsdatum, wenn das möglich ist mit Uhrzeit und natürlich Geburtsort. Dann schaue ich in die Sterne und dann kann ich diese Fragen beantworten. Ist dieser Wunschpartner, diese bestimmte Person oder Partnerin, ist ihre Komplementärseele? Komplementärseele bedeutet Erfüllung, Ergänzung. Oder ist es nicht und kommt ein Neues? Und die nächste Frage ist, wann? Ist das vielleicht Monat Oktober oder wenn Sie alleine sind und träumen von einer Partnerschaft, dann die richtigen Augenblicke im Leben erkennen, im richtigen Ort zu sein, dass man zu einer Begegnung kommt, natürlich mit der Komplementärseele. Und diese Fragen kann ich auch blitzschnell beantworten. Das Ganze kostet pro Frage 10 Euro. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung.denderasusannamedici.com Ein guter Rat ist natürlich Okkult wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.